Es ist sinnlos, wegzulaufen. Wo du auch hingehst, ich finde dich. Aber zuerst fangen wir deine Akuma ein. Bitte anhalten! Oh, Monsieur, ich werde von einer Superschurkin verfolgt und Sie sind der Einzige, der mir helfen kann. Bitte beschützen Sie mich. Steig ein, ich beschütze dich auf der Wache. Der Akuma ist sicher in Ihrem Bob Torkett, Noah. Bedauerlicherweise kann ich nichts gegen dein Stirnproblem machen. Was für ein Stirnproblem? Was ist das für ein abschuldiges Ding? Was ist das für eine Nachricht? Was ist passiert? Wo ist mein Auto? Was ist mit dem jungen Mädchen, das das Horn auf der Stirn hat und von dieser Superschurkin verfolgt wird? Lila? Seit wann hat sie ein Horn? Lauf ruhig davon. So schnell und so weit, wie du nur kannst. Lila, wo sie? Da! Ich glaube, sie belächelt uns. Bald hat sie nichts mehr zu lachen. Hilfe! Ein Monster ist hinter mir her! Du hast da etwas auf! Der Stirn! Oh, was für eine merkwürdige Nachricht! Wir haben sie! Nicht schon wieder! Und? Denkst du immer noch, du könntest mir entkommen? Machin! Madame Dupont-Cheng! Ich war in der Bäckerei, dann kam dieses Mädchen mit einem Horn rein. Lila! Oni-Chan muss schon dort sein. Bleiben Sie hier! Versprich einfach, dass du dich von Adrien fernhältst. Dann hat all das hier ein Ende. Es wird niemand in der Dupont-Cheng-Bäckerei angegriffen. Und wo ist meine Frau? Halt! Lila, geht's dir gut? Du willst mich retten, obwohl ich so gemeine Sachen zu dir gesagt habe. Ich habe dich falsch eingeschätzt, Ladybug. Nur du kannst mir helfen. Ich wusste, dass sie dich irgendwann mögen wird. Was ist das für eine Nachricht? Hey, nicht cool! Die Mädchen hatten gerade einen guten Moment. Ladybug! Meine Frau hat eine Nachricht bekommen und Puff, war sie verschwunden. Dafür ist diese Superschurkin aufgetaucht. Jetzt bist du hier und... Keine Sorge, Ihre Frau ist wohl auf in einem Polizeiauto. Die Superschurkin verschickt böse Handynachrichten und tauscht mit der Person Plätze, die sie sich ansieht. Und Lilas Horn funktioniert wie eine Art Funkmast. So findet die Superschurkin sie also. Jetzt weiß ich, wie ich sie besiegen kann. Dank Ihnen! Oh! 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 Oh!